Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Details zu meinen Versicherungen mal schneller zusammenhabe als unseren Wocheneinkauf. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Schadensmeldung bei meiner Versicherung genauso entspannt geht wie ein Spaziergang in der Natur. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Bankverbindung bei meiner Versicherung ganz einfach auf dem Weg nach Hause ändern kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Vertragsdetails zu meiner Versicherung genauso schnell zur Hand habe wie mein Cappuccino. Einfacher als gedacht. meinesstuttgarter.de Ihr neues Kundenportal Registrieren Sie sich einfach direkt im Kundenportal. Nach wenigen Tagen erhalten Sie einen Aktivierungscode per Post, mit dem Sie Ihren Zugang zum Portal online freischalten. Anschließend können Sie sich jederzeit auf meinesstuttgarter.de anmelden und alle Funktionen nutzen. Zum Beispiel können Sie Ihre Kundendaten einsehen und im Handumdrehen ändern. Oder sich Überblick über Ihre Verträge verschaffen. Selbstverständlich mit allen wichtigen Vertragsdetails. Auch Schadensmeldungen erledigen Sie in Zukunft schnell und einfach. Und Post zu Ihren Verträgen schickt Ihnen die Stuttgarter ganz bequem in Ihr persönliches Postfach. meinesstuttgarter.de Alles drin, wann und wo Sie es brauchen.